Ich habe jetzt jemanden engagiert als Ersatztochter. Naja, das ist ja gut. Dann ruft er dich auch zum Geburtstag an und so. Dann mache ich mir da keinen Stress mehr. Sind Sie zu Besuch? Ja, spontane Entscheidung. Ich war noch nie in Rumänien. Ein Geschenk. Das ist eine richtig gute Käsereibe. Sag mal, wie lange willst du eigentlich bleiben? Ich bin Tony. Tony Erdmann. Ich bin Consultant und Coach. Ich habe zum Beispiel von meinem Vater gelernt, wie man eine Käsereibe benutzt. Ist das eine spezielle Käsereibe? Ich bin Ambassador Erdmann. Und das ist meine Sekretärin, Miss Schnuck. Willst du mich fertig machen, oder was? Papa, ich rede mit dir! Und wenn es um ihren Vater geht, dann bin ich nicht der Richtige. Hast du in deinem Leben noch irgendwas vor, außer anderen Leuten ein Furzkissen runterzuschieben? Das ist ja gar kein Furzkissen. Ich muss dich verraten. Ich muss dich verraten. So, und jetzt mach's bitte auf. No? Das war mit dem Schlüssel. Ich bin entschuldigt, Bogdan. Mein Vater macht eine dumm Schade. Wir müssen das Problem lösen. Wir müssen das Problem lösen. Das ist ja gar nicht so. Ich bin ein Fisch. Und jetzt mach's. Mein Vater ist ja gar nicht.